Wäre natürlich geil, wenn man die Karte teilen könnte, was du aufdeckst. Ach du Kacke, da kommen sie. Oh, da lebt noch einer. Musst du dich erst mal testen, ob der Sperrklar kommt, ich hab den selber noch nicht testen können. Ist gar nicht mal so verkehrt. Warte mal ganz kurz. Gib mich mal ganz kurz, der ist alles noch da. Kommt mir so laut vor. Egal. Start klar. Gibt sich eine Tür offen gelassen. Wow, 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 wow. Auch mal neue Garnituren, da kommt einer von draußen. Zack, mähten ins Gesicht. Wir legen dies echt drauf an, die Völker. Was hast denn du bitte reingemacht in das Spiel? Rollen hier ohne. Ja, Zigaretten-Tabak. Fussel entfernen. Nein. Du kannst Zigarettenhülsen, kannst du selber stopfen. Das war ja das, was beim Spiel selber noch nicht drin gewesen ist, weißt du? Warte mal ganz kurz. Ich bin sofort da. Kapitter Stift. Bei dir? Bei mir? Wo ist er? Komm mal direkt hinterher. Nicht einer mit einem Arztkettel. Bei mir ist das Duser hier drin. Das unendliche Ikea. Weiß schon, wenn ihr richtig... Weiß nicht, wie viel wir... Gerade glaubt mir, die Mall ist voll. Ich weiß, was ich hier gesehen habe. Mich haben sie letztens fast dreimal gepackt. So Silber-Kreolen. Wollen wir mal im Hinterschuppen gucken? Irgendwie nicht. Warte mal, oder habe ich die noch im Moment da? Maske. Die habe ich wohl im Bus liegen gelassen, aber ist egal. Warum habe ich denn jetzt auf einmal Schmerzen? Ach, alles klar. Ich habe Sport gemacht. Meine hat leichte Erschöpfung. Wenn ich die Fitness hier so ein bisschen höher kriege, weiß er. Wegen Winterbekleidung, ob da einer was drin hat, dabei hat. Ist gar nicht mal so verkehrt, wenn er mal so ein bisschen gucken ist. Weil die Klamotten, die hier hängen, sind immer komplett heiler. Brickshirt. Iken bleiben. Iksdes. Ach du Kacke. Ja, hier kommen sie langsam. Erstmal unten alles rockieren, ne? Erstmal komplett sauber machen hier. Jetzt wird das hier gleich ein ganz kurzes Abenteuer. Mach oben. Da ist was. Ich habe es gehört. Wo ist es? Der war bei dir, ne? Bisschen so. Fall doch rum. Tradel zerlegt sich alle. Lass mal die Laterne hier an. Ach, guck mal. Jetzt sehen wir auch richtig was. Da ist der blind. Die ist hell, wa? Ja, die ist sehr hell. Aber ist geil, dass wir das jetzt teilen, ne? Mit der Helligkeit. Wollen wir das Geschäft erstmal machen? Das sieht aus wie ein Schulgeschäft. Das war eine Maßnahme. Das war schon mal drin, ein bisschen weg. Ich kriege mich hier. Mach mit Ruhr. Da kommt was. Da kommt was. Zwei. Da kommt... Oh, was ist das denn für eine? Hau ab! Hast du den gesehen? Anzug, Swatjacke. Okay. Die Swatjacke sieht gut aus. Nehme ich mal mit. Bulletproof. Swatwest. Die Swatjacke hatte ich auch gehabt. Die sind echt gut. Militärstiefel. Blutig. Die ziehen wir dem mal direkt aus. Kannst du den extra anmachen? Sag doch, das waren zwei. Ich will noch zwei. Was ist das denn? Die hat ne Kettensäge. Guck dir das an. Echt ne Kettensäge dabei gehabt? Scharfe Chips. Die hat echt ne Kettensäge. Stürze. Den wir mal mit, ne? Bestimmt Winterbekleidung hier irgendwo. Dienstmädchenrot. Ich nehme dir das mal beides mit, ne? Hausmädchenschuhe. Kurze Schürze. Strümpfe. Ui. Es ist alles normal in Bekleidung. Opa mit V-Ausschnitt. Hier ist ein Sommerhut. Brauchst du einen? Ne. Brauchten. Nutzmittel? Ne. Boah guck mal hier. Hier gibt's was. Oh. Räuchte aus. Chimbardo. Ist aber umgeschmiert die alte. Wir haben nicht so viel Küchenmaterial. Wir haben nicht so viel Küchenmaterial. Was meinst du? Ja. Töpfe und so? Ja. Dann pack ich alles ein. Räta. 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 Pack mal ein, was wir nicht haben. Hier. Haben wir nicht. Glamour. Räta packen wir auch mal direkt ein. Muskelkater. Hier ist irgendwo was in der Nähe. Hier gucken wir mal. Stil, Topf. Teekessel haben wir schon. Backform für zuhause. Auch Backform haben wir schon. Teekessel, Muffinblech. Nehmen wir auch mit. Was ist denn mit diesem Autoklaver eigentlich? Das sind diese Klamour. Kochtöpfe, die da verschließen ganz. Die heißen anders. Das sind diese Töpfe, die unter Druck da festgestellt. Ich weiß nicht genau, wie die Teile heißen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß schon. Die haben oben dann so ein Druckventil. Ich sage jetzt mal. Nennt man die so? Schnellkocht. 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 Grafik Express. Was da los? Was hat für einer hier? Bin ich sterbende eine hier. Achtung über dir. Da ist das. Hier ist eine Holzішö das erklärt natürlich einiges ich sage also ganz gut ich sehe oben keine zum ist das stimmt da ist keiner noch mal drücken ich sehe oben keine zombie das kannst du auch vergessen dass da oben keine sind runter da kommt gleich die ganze menge und wegen da ist kinder das glöchchen da kommt der erste so sieben oder acht stück worden ist einer in der axt dabei gehabt sind das hier für strümpfe wir haben alle gute socken dabei sind wohl seitwärts heruntergefallen schlagste tot gerade oder du siehst nicht hier ein infizierter ist hier oben ach du kacke schlagste tot einer vor allem eine oder kommen paar viele auf sich zu machst du den tradel wohl nicht an ich kann ja nicht reingucken die kommen hier raus ein lager ohne lichtschalter bleib mal lieber hier am hellen gang das ist glaube ich besser gerade das ganze kaufhaus hier auf links gleich mal eben kurz einmal deckung haben ja der speer ist geil immer ganz kurz deckung etwas vergessen einzuschalten wie immer der chat funktioniert co2 kraft wird steht hier gegen die regalen könnten links liegen auch hier ist der paintball gerne ja deswegen meine ich ja wegen paintball weil ich einfach eine kraftwitsch gewesen paintball hopper ich packe die mal beide komplett ein kannst ja dann später sortieren hau ab hier ach du piekst dich pancake der eagle einer von denen hat betablocker dabei hier sind bb's hopper ist der trichter der oben dran kommt für die munition zu machen welche steht 50 von 50 ich habe ich habe eine ganze kiste von ihr da ist das elektro baukasten für anfänger immer mal mit war ich gerade ich habe gemacht um alex ja um alex das sind die guten diese bibi kann die kleinen jetzt was aussieht wie so lange der bitte nicht mitnehmen okay nur die ura max um alex da habe ich schon zwar schon zwei oder drei das ist richtig gut den rest brauchen wir nicht und die was war das max damals mal so eine co2 dieser liege komplett aus eisen gehabt die hat auch richtig wir sind puppen packt mich doch nicht an jetzt war ja ganz heraus gucken aber das war schon immer mal rüber aber da freust du dich drauf wenn das rauskommen aberration ist ja jetzt in kürze wie das war es ja so gar nicht sowas von duster hier ne ich hab auch keine wow 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 pass auf hier da kommen einige oder zumindest nicht drin bei dir oder ja der war bei mir ist nicht gewählt kam aber einige aus dem lahm aus schlimmer ist du siehst hier nichts wieso bist du gestern so schnell auf aber richtig lange weile warum war ich gestern so schlimm ja wir hatten halb zwei pascal grüß dich übrigens erst mal ne ist immer noch im krankenhaus oder was karte von luis heute bleibe ich ein bisschen länger online pack mich doch nicht an geh weg gerade ich brauche eine lampe hier ja ist ein bisschen viele ja servus alter was kommt nicht angelaufen stehe ich hinab da ist aber auch alles mögliche herangelockt ich würde das einfach sagen dass aktuell im krankenhaus andernfalls schick sie ein foto kannst du doch nichts mehr schächtel mit nägel die ist jetzt ab sonntag sowieso im urlaub boah trade guck mal hier oben was in der küche los ist ja ich weiß zehn komma zurück aus dem loch kippen er hat eine geile schürze hau ab hier vertretung hin oder her wie gesagt ganz ja nichts dafür warum gehen denn meine schmerzen hier so hoch man hat richtig muskelkater muskelkater sein vater ja ich bin schon dabei ja die küche war richtig richtig voll da wird es ja wohl irgendwas geben in der küche hat da einer geschrien ja den tradl haben wir auch schon angefixt mit captain ahab alles gut nein ein ja 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 ja